Hallo zusammen! Endlich sind wir angekommen! Marina Biograd in Kroatien. Wir sind auf unserer Bavara 46 Cruiser von Pita Jacht Charter. Schönes Schiff, Baujahr 2014, Hatik-Deck. Ja, die Crew ist heiß. Morgen geht es los, eine Woche auf See. Heute die Anreise war nicht mords spektakulär, aber ich habe ja versprochen, ich schicke immer mal wieder ein bisschen was durch und daher ein kurzer Rückblick auf den heutigen Tag und morgen geht es dann richtig los. Charterbarjachting. Einfach mehr.